So, die Räucherkammer. Es geht langsam weiter. Unsere Dachschräge. Das wird richtig schön. Ich denke, morgen ist es fertig und ich hoffe, es gefällt euch. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn jemand mal einen Finger hoch macht. Wenn es halt nur interessiert. Auf jeden Fall, bald kommt Fleisch rein. Wird schön geräuchert. Ja, das wird gut. So, das war's.